Hallo, herzlich willkommen. Oliver Schirmer hier. In diesem Video werde ich dir den Nummer 1 Grund verraten, warum viele Menschen im Network Marketing scheitern. Nach mittlerweile vielen, vielen Jahren, über 13 im Vertrieb, im Network Marketing, kristallisiert sich immer wieder ein Hauptgrund heraus, warum jemand scheitert und kein Geld mit Network Marketing verdient. Und es ist eigentlich immer wieder der gleiche Grund. Und es gibt viele Gründe, warum der eine erfolgreicher ist oder der andere nicht so erfolgreich. Also es gibt viele Gründe für Erfolg oder Misserfolg. Aber so der Hauptgrund, warum die meisten kein oder viele Menschen im Network Marketing kein Geld verdienen, ist einfach der, dass sie nicht arbeiten. Sie tun nicht die Dinge, die getan werden müssen, um im Network Marketing Geld zu verdienen. Die machen dann irgendwelche Pseudoaktivitäten und die kriegen das dann auch immer so auch beigebracht. Also manchmal können die Leute gar nichts dafür, sondern es geht dann immer darum, besuch alles Seminare. Ja, das ist wichtig. Seminare sind wichtig. Schulungen sind wichtig. Also nicht falsch verstehen, es ist alles Wichtiges zu tun. Aber ein Seminar zu besuchen und das Erlernte nicht umzusetzen, ist Zeitverschwendung. Brauchst du nicht machen. Dann gibt es diejenigen, die wollen immer trainieren. Die fragen dich regelmäßig danach, gibt es irgendwo Gruppen, wo man sich zum Training treffen kann. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben jahrelang trainiert, die haben nie einen Kunden gesehen. Ich weiß nicht, warum die so lange zu den Trainings gegangen sind. Vielleicht war es wirklich einfach nur, um irgendwo hinzukommen. Das ist dann wie so bei einem Hobby, wo man sich einfach einmal die Woche trifft und ein bisschen was zu tun hat. Auch Training ohne Anwendung nützt niemandem was. Nützt nichts. Das ist Zeitverschwendung, außer du betrachtest es halt als Hobby und möchtest einfach irgendwo einmal, zweimal die Woche hingehen, damit du auch andere Leute dann mal triffst. Oder die wollen sich ständig austauschen zu irgendwelchen Themen. Dann brauchen sie noch vielleicht die Formulierung oder müssen noch an der Formulierung arbeiten. Also Perfektionist sein, alles perfektionieren. Oder kann man die Präsentation nicht vielleicht mit einer anderen Folienfarbe machen? Oder, oder, oder. Also alles schon gehört. Und das sind alles Pseudoaktivitäten, die geben einem so das Gefühl, man hat irgendwas gemacht so den ganzen Tag. Das sind aber nicht die Dinge, die dich im Network Marketing erfolgreich machen. Das sind auch nicht die Dinge, die dir das Geld bringen. Ja, sondern was ist es, was das Geld, was das Geld in dein Unternehmen bringt? Das ist das Gewinn neuer Kunden, das Rekrutieren, Gewinn neuer Vertriebspartner und diesen Vertriebspartnern dann zeigen, wie sie das Ganze auch tun. Ja, so. Und das sind diese drei Aktivitäten, die im Network Marketing einfach Geld bringen und der Rest nicht. Ja. Und jetzt ist die Herausforderung einfach über einen ganz langen Zeitraum, ja, immer wieder sich auf diese drei Dinge zu konzentrieren und die richtigen Dinge, also diese drei Dinge, die ich dir eben genannt habe, tagtäglich auch zu tun. Und dann wirst du Erfolg haben. Wenn du, ich kenne keinen, der mit 100, 150 Menschen gesprochen hat, bei dem alle 100 oder 150 Menschen Nein gesagt haben. Aber selbst wenn diese Nein gesagt hätten und du würdest nochmal 100 machen, ja, was du gar nicht tun musst, ja, dann, um ein Ergebnis zu erzielen, dann würdest du auch Ergebnis erzielen. Das heißt, es ist nicht, ja, es ist nicht, oder ich sage es andersrum, die Menschen, die kein Geld in Network Marketing verdienen, die sprechen in der Regel keine Menschen an, ja, und deswegen darum geht es. Du musst in Kontakt kommen mit anderen Menschen. Das heißt, schreib Leute an, versuch eine Konversation aufzubauen, ruf deine Namensliste an. Oder erstell meinetwegen, wenn du sagst, ich bin jetzt nicht derjenige, der direkt auf Menschen zugeht, dann erstell doch jeden Tag ein Video, ja, um Reichweite zu erzielen, teil Inhalte. Aber auch hier, gleiches Phänomen. Viele sagen, ich kann keine Leute anrufen. Wenn du dann Alternativen anbietest, Marketing anbietest, mit zum Beispiel Videomarketing, dann erzählen sie, sie können keine Videos machen. Dabei kann man heute ja einfach eine Handykamera nehmen und dort eben seinen Content reinsprechen. Oder starten einen Blog, ja, auch hier ist dann einfach das Durchhalten gefragt und das setzen halt dann die wenigsten um. Viele starten dann einfach auch zum Beispiel einen Blog und erstellen dann zehn Artikel oder machen zehn Videos und hoffen dann, dass diese zehn Videos reichen, um sie zum Millionär zu machen. Und das ist einfach ein Wunschdenken, das so in der Realität eben einfach nicht ist. Genau, also wenn du mehr Erfolg haben willst im Network Marketing, konzentrier dich auf die drei wichtigen Dinge. Neue Kunden gewinnen, neue Vertriebspartner rekrutieren und diesen Vertriebspartnern dann zeigen, wie es geht. Und that's it. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Wenn das Video für dich hilfreich war, teils für dein Netzwerk. Wichtig, abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und ja, wenn du Lust hast auf eine Zusammenarbeit, dann findest du unterhalb des Videos weitere Links in der Textbeschreibung. und da kannst du dich dann informieren. Und wenn eine Zusammenarbeit aus deiner Sicht dann sinnvoll ist, dann freue ich mich eben auch, von dir zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Dein Oliver Schirmer.